Mein Name ist der Wind. Fetschhack 1, ne? Ja, das passt erst. Ich fliege auch immer mit dem Kaffee. Und ich fliege auch mit Fetschhack 1. Nein, geht nicht. Willst du mich auch schalten haben? Okay, jetzt geht's. Jetzt einfach wegfeuern. Aber das geht doch auch, das ist doch mal manuell. Ein bisschen stüchen. Torsten geht's. Wie geht's, wenn geht's. Und dann schlugen die Gäse. Ja, das ist doch, wenn es einen Platz ist. Größte, das ist ges Hz. Hört noch mehr? Hört noch mehr? Hört noch mehr? Hört noch mehr. Spendlich. Hört noch mehr. Schallt auf, oder? Schallt auf, oder? Schallt auf! 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 Weil eine Geschwindigkeit regelt, auf die Sustanke gestellt hast. Zährermäßig steht etwa 40 oder 50. Das ist viel langsamer für den Tragen. Wir stellen nur die Höhe. Und das war es dann auch bei RTL an, die Geschwindigkeit. Was kommt davon aus? Ja gut, die RTL-Geschwindigkeit. Wir sind bei RTL, da kann ich landen. Volle, landen kommst immer. Wann muss ich landen? Wann sollte ich landen? Bei RTL 5,7 bei 14, spätestens einmal. Landung! KV! Entschuldigung. Ja, gut, super. Sauber!